Moin moin meine lieben Serienfreunde, ihr habt es doch sicherlich alle mitbekommen, als die neue Serie Die Ringe der Macht bei Prime Video gestartet ist, hat sich Amazon dazu entschieden, die Bewertungen einzustellen. Zumindest die Bewertung von 1 bis 3 Sternen und teilweise aber auch komplett. Meine Meinung zu dem Thema gibt es jetzt hier in diesem Video. Mein Name ist Ram, das hier ist Serienflash und jetzt geht's los. Ja, meine lieben Serienfreunde, als die neue Serie Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video startete, hat sich Amazon entschieden, Bewertungen der Serie einzuschränken. Teilweise konnte man die Serie gar nicht bewerten, teilweise nur mit 4 bis 10 von 10 Sternen. Bewertungen mit 1, 2 oder 3 Sternen waren nicht mehr möglich. Unter anderem hat damals der Hollywood Reporter darüber berichtet und gesagt, Amazon war Attacke bzw. Opfer eines sogenannten Review Bombings. Reviews, die darauf abzielen, eine Serie, egal ob sie gut oder schlecht ist, schlecht zu reden, wegen einer politischen Agenda. Wegen etwas, was in der Serie vertreten ist, was die Personen, die Gruppierungen, die das Review Bombing zu verantworten haben, ja nicht ganz so mögen. Amazon hat also entschieden, Bewertungen einzuschränken, um sie nach und nach selbst zu kontrollieren, zu gucken, was steht da eigentlich. Mittlerweile soll die Bewertung der Serie wieder normal möglich sein. Und daher steht die Serie auch mittlerweile bei 3,5 Sternen. Und ja, die Einsterne-Bewertungen sind nach wie vor recht hoch und wären wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn Amazon die Bewertungen einst nicht eingeschränkt hätte. Nun bin ich in diesem Thema ein wenig zwiegespalten. Ich hatte schon mal in den News, wo ich über diesen Fall gesprochen habe, gesagt, dass ich persönlich es eigentlich gar nicht verkehrt finde, dass Amazon die Bewertungen eingeschränkt hat. Wegen des Review Bombings. Weil da eben eine Gruppierung drauf los ist und gesagt hat, nee, wir bewerten jetzt diese Serie schlecht. Ist übrigens nicht das erste Mal passiert. Amazon hat deshalb bereits im Sommer diesen Jahres diese, ja sagen wir, sofort Sperre eingeführt, falls es dazu kommt. Auch wenn ich den Schritt nachvollziehen kann und im Grunde dafür bin, dass man dann auch solche, sagen wir, Review Bombings versucht zu verhindern, muss ich dennoch sagen, dass es im Grunde trotzdem nicht okay ist, Bewertungen einzuschränken, nur weil man die Meinung von anderen über die eigene Produktion nicht präsentieren, zeigen möchte, aushalten kann. Solange das nicht beleidigend wird, ich kenne das in meinen Kommentaren, sind Kritiken ziemlich oft beleidigend und auch wenn die Personen das nicht so sehen, mag ich die auch nicht auf meinem Kanal haben. Die werden ausgeblendet. Aber ja, Amazon hat also die Bewertung eingeschränkt, mittlerweile soll das wieder möglich sein. Ich persönlich, wie gesagt, finde es, naja, auf der einen Seite kann ich es verstehen und auch unterstützen, auf der anderen Seite nimmt das so ein bisschen die Wertigkeit eines Bewertungssystems. Aber, wenn so viele Menschen oder Bots oder Trolls so eine Serie wie die Ringe der Macht, eine Serie, die über 460 Millionen US-Dollar gekostet hat, mit nur einem Stern bewerten, was ist dann so ein Sternenbewertungssystem eigentlich wert? Was sagt das überhaupt noch aus? Vorab, ich möchte nicht sagen, dass alle diese Ein-Sterne-Bewertungen von Trollen, Vogue-Hatern, von Review-Bombern stammen. Ich glaube schon, dass unter den Ein-Sterne-Bewertungen genügend Menschen sind, die sagen, mir hat die Serie nicht gefallen. Vielleicht wegen Wokeness, vielleicht weil da schwarze Figuren drin sind, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass da Leute auch losgelöst von dieser Aktion auch einen Sternen nur gegeben haben. Jenseits dieser Aktion. Durch folgenden Kommentar, den ich hier aber nur als Beispiel nehmen möchte, bin ich auf die Frage gekommen, was bringt eigentlich so ein Bewertungssystem, wenn eine Serie wie die Ringe der Macht mit nur einem Stern bewertet wird? Und wie sollte eigentlich eine Bewertung aussehen? Im besagten Kommentar stand, ich fand die Serie bisher furchtbar. Klar, sieht alles richtig toll aus, aber die Story, Dialoge etc. finde ich einfach nur schlimm. Und auch der Vogue-Einfluss. Das Schlimmste jedoch ist, dass ich mich kritisch in einer Rezension geäußert habe und der Serie nur einen Stern verpasst habe. Meine Rezension wird jedoch nicht von Amazon angenommen. Ich habe es mehrfach versucht. So kann man, heilt sich die Serie noch bei dreieinhalb Stern. Die Wirklichkeit sieht aber wohl völlig anders aus, wenn Amazon mittlerweile nur noch gute Rezensionen zulässt. Ist Betrug in meinen Augen. Die Person findet die Serie die Ringe der Macht also furchtbar. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber jeder darf ja seine Meinung dazu haben. Doch frage ich mich, auch wenn ich eine Serie furchtbar finde, hat sie dann automatisch ein Stern verdient? Gehen wir dafür mal ganz kurz den umgekehrten Weg. Wenn ich eine Serie zum Beispiel mit 8 von 10 möglichen Sternen bewerte, dann fließen doch in die Bewertung, ob jetzt bewusst oder unbewusst, verschiedene Faktoren ein. Zum Beispiel das Feeling, die Charaktere, die Story, die Aufmachung, die CGI, die grundsätzliche Optik. Und ja, auch die Dialoge, auch wenn es schon sehr auffällig ist, dass plötzlich alle über Dialoge bei solchen Serien sich beschweren, obwohl die Dialoge definitiv nicht schlechter sind als in anderen Serien und Filmen, die man aktuell so schauen kann. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Wenn ich also eine Serie positiv bewerte, dann fließen da verschiedene Faktoren ein. Und jeder dieser Faktoren hat Unterfaktoren. Und all das zusammen führt doch zu meiner Meinung, zu meiner Kritik eines Films oder einer Serie. Egal ob jetzt gut oder schlecht. Die Person, die das Kommentar bei mir unter dem Video hinterlassen hat, sagt selbst, die Serie sei furchtbar. Unter anderem wegen der Dialoge. Sieht aber gut aus. Wenn aber eine Serie gut aussieht und damit der Faktor der Optik positiv ist, wie kann eine Serie dann nur einen Stern erhalten? Ich meine, ein Stern ist das schlechtmöglichste. Zehn Sterne ist das bestmöglichste. Unter eins gibt es nichts mehr. Ich meine, sind wirklich alle Dialoge schlecht? Sind sie überhaupt schlecht oder sind sie nur teilweise schlecht und einige sind gut? Ist die Serie wirklich so woke wie angeblich jede zweite Netflix-Serie? Oder ist sie überhaupt woke? Ist der gesamte Cast schlecht oder nur ein, zwei Personen, die ich nicht mag? Ist die Story wirklich mies oder holt sie mich einfach nicht ab? Und ist die Serie wirklich mies oder hatte ich einfach nur falsche Erwartungen? Für mich ergibt diese Ein-Sterne-Bewertung bei der Serie Die Ringe der Macht einfach keinen Sinn. Klar, ich mag die Serie total. Für mich ist Die Ringe der Macht eine großartige Fantasy-Serie, die zwar Schwächen hat, aber vieles bietet, was mir zum Beispiel bei so Serien wie Shadow and Bone oder aber auch Das Rad der Zeit gefehlt haben. Beide Serien sind aber besser bewertet als Die Ringe der Macht. Und natürlich, hier darf jeder seine Meinung haben. Mir kommt es aber so vor, als würde man hier ziemlich schwarz-weiß bewerten. Als würde man grundsätzlich immer öfter ziemlich schwarz-weiß bewerten. Es geht nur noch um die eigenen Gefühle. Ich fühle mich verletzt, das ist nicht das Herr der Ringe, was ich von damals kenne. Deshalb gibt es einen Stern. Und dabei laber ich, und das muss man wirklich vorwerfen dürfen, viele Sachen, viele angebliche Kritikpunkte, viele angebliche Argumente einfach nach. Statt auch wirklich zu schreiben, was man genau meint in den jeweiligen wenigen Folgen, die wir bisher hatten. Okay, die halbe Staffel ist jetzt rum, aber die meisten Bewertungen stammen von den ersten zwei Episoden, woraufhin man eine Serie eh nicht grundsätzlich komplett abschreiben, ob positiv oder negativ sollte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde hier ein wichtiger Faktor außer Acht gelassen werden. Eine Bewertung einer Serie, eines Films auf so einer Plattform wie Amazon, IMDb, Rotten Tomatoes und Co. ist doch dafür gedacht, dass andere sich ein Bild davon machen können, wie die Serie oder der Film ist. Wenn ich da aber nur lese, das und das ist scheiße, aber die positiven Dinge komplett außer Acht gelassen werden, beziehungsweise überhaupt nicht differenziert wird, was sagt dann diese Kritik überhaupt noch aus? Diese Ein-Sterne-Bewertung. Müsste eine solche Sterne samt schriftliche Bewertung, Kritik, nicht eigentlich ein Mix aus Gefühlen? Klar, eigener Meinung, aber auch fachlichen Faktoren sein? Ich meine, wir sprechen hier von einer sehr komplexen Produktion. Ist an dieser Produktion wirklich alles schlecht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und apropos bewerten, vor allem Kritiker hier auf YouTube werden ja gerne dafür angegangen, eine Produktion richtig schlecht zu reden oder aber richtig positiv. Und wenn man das nicht verstehen kann, dann ist der Kritiker, die Kritikerin direkt gekauft. Ich habe schon jede Menge Serien in meinem Leben geschaut. Also jede Menge Serien. Viele davon habe ich gar nicht besprochen. Aber ich habe noch nie eine Serie mit nur einem Stern bewertet. Und bei mir gibt es nur ein Fünf-Sterne-System und kein Zehn-Sterne-System. Ich habe noch nie eine Serie mit einem Stern bewertet. Nicht mal Legends of Tomorrow, was für mich purer Trash ist. Und trotzdem aber ein paar Elemente hat, die irgendwie Spaß machen. Und die Serie dann zu etwas macht, was wahrscheinlich eine bestimmte Zielgruppe hat. Jeder hat natürlich seine Meinung über so eine Produktion. Aber wenn man die Ringe der Macht, egal wie man sie jetzt findet, mit einem Stern bewertet, dann müssten wir bald eine Minus-Kategorie einführen. Wie gesagt, Eins ist das Schlechteste, Zehn ist das Beste. Eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare. Das war mein kleiner Rant zu dem Thema. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.